Habe ich auch gesagt, spielt Trompete. Die Kröte, die Kröte, die spielt sogar auch Flöde, könnte man anders sagen. Was hältst du denn davon? Was du nicht sagst. Was hältst du denn davon? Halt die Klappe, ich habe Feierabend. Das hätte ich dir auch sorgen können. Was wäre? Ja, Tröde. So, man hat es gehört, Veronika Ferreskirchen.